Wir machen wieder eine Videoschart. Später sehen wir. Ah, nicht? Machst du mit Bild? Nein. Das ist ein Videoschart. Und fahren wir? Hier ist die Gruppe mit Auto nach Frankreich. Mit Auto, ja. Da sprechen wir einfach Deutsch, Italienisch und Griechisch. Das ist drei Lande. Das ist drei Lande, ja. Wir sind in der Mitte jetzt. Ja. Hier ist Frankreich. Das ist Deutsch, links. Ja. Aber dort ist... Das ist in der Schweiz. Ja, ok. Und jetzt kannst du Italienisch sagen. Also, hier sind wir... Hier sind wir in Francia. Hier ist in Deutschland. Hier ist in der Schweiz. Ok. Ich sage jetzt Deutsch auf Griechisch. In Italienisch. Okay, gut. Okay, gut. Ich sage sie auf Russisch und Bulgarisch. Hallo. 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 Hier sind wir in Francia. Schweiz. Und... ...Germania. Ja. Jetzt sind wir in Bulgarisch. Und jetzt in Bulgarisch. Das heißt, zwei sind Francia ausgerechnet. Elbetia. Das sind Schweiz. Ich bin in der Schweiz, in Deutschland, zwei Erzio und Taxifreunde. Taxifreunde. Okay. Hat Fisch hier? Was denkst du? Fisch? Fisch? Schmutzig. Nicht gute Fische, ja. Ja, schmutzig, ja. Okay, machen wir. Stop. Wenn du denkst, ja, ich am demieten. Ja? Kannst du nicht sagen, wo du bist jetzt? Ja, natürlich. Es ist ein bisschen neutral. Ja, ja. Kannst du nicht sagen? Frankreich oder Neu. Nein, das ist neutral. Weißt du wieso? Das ist Schweiz. Ja. Da ist Deutschland und das ist Frankreich. Ja. Wo bist du hier? Ja? Das ist... In die Körner. Kannst du nicht sagen, wo du bist? Das ist neutral. Ich glaube, wenn du, wenn einer denkt von einer großen Rabine in der Bank, die denkt schon, kann ich nicht sagen, weißt du? Ja, natürlich. Weißt du? Zum Weg. Manchmal Polizei, weißt du, wenn du Geld von der Polizei nimmst, vielleicht hier kann ich dir nicht nehmen, weißt du? Bist du hier, kannst du so machen, dass ich nicht mache. Das war später, vier Jahre zurück. Jetzt fahren wir, wo die wollen. Alles. So. Wir können Geld kriegen, viele Millionen, aber mit Kopf. Verstehst du? Ja, ja. Machen wir das. Das kommt nur mit Kopf. Mit Arbeit. Mit Arbeit. Nein, nein. Das ist nur ein bisschen Zeit, wo wir brauchen. Ja, genau. Aber sowieso. Geld kommt mit Kopf und andere Projekte mit guten Gedenken, mit positiven Gedenken. Verstehst du? Das ist mit Arbeit. Wenn wir verkaufen die Zeit für Geld, wird niemand reich sein. Niemand, ja. Darum. 24 Stunden hat sowieso in...